Ich bin Steffen Lukas von Radio PSR, der Wetter-Uli. Was? Oh, du bist ja gar nicht der Wetter-Uli. Was kann denn wahr sein? Ich bin der Wetter-Uli, hallo, das ist ein Pferd. Du nimm die Nase weg, nimm die Nase weg! Wir haben ein bisschen Respekt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil so nah, und das merkt man auch richtig, der Atem ist auch richtig ein bisschen warm. Pferd, ich tu dir nix. Es legt die Ohren an, und wenn Pferde die Ohren anlegen, dann sind sie wütend. Stimmt's oder stimmt's? Ei, 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 ei.